Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, in der letzten Folge habe ich mal wieder bewiesen, wie dämlich ich sein kann. Ja, doch, das habe ich definitiv bewiesen. Ich bin... bisschen blöd gestorben, würde ich mal so nennen. Ja, ich würde so nennen, ich bin ziemlich blöd gestorben. Ja, wir sind hier unten beim Endstone, weil ich mir einbilde, dass wir uns so eine kleine Niederlassung hier beim Endstone hier unten machen. Jetzt bin ich halt nur am spekulieren, wie wir das machen. Wollen wir natürlich hier wieder Licht machen. Machen wir hier noch so einen kleinen Gang, so einen Vorraum vielleicht. Das ist die Fackel jetzt... die Fackel ist ja jetzt gleich wieder weg. Machen wir mal hier hin, die Fackel. So, machen wir hier mal zwei Fackeln hin. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, ich denke, ich werde hier so eine Art Vorraum machen. Ja, das finde ich immer so toll am Shader, wenn dann die Sonne auf oder unter geht und du dann plötzlich hier die Sonne siehst. Das ist immer klasse. So. Wollen wir natürlich ein bisschen höher machen, weil es kommt so beengend irgendwie. So, das wäre dann der Vorraum. Und von hier aus könnten wir ja dann mehrere Räume machen. Vielleicht drei Räume oder so. Das wäre eigentlich eine schöne Idee. Man sagt, man macht hier noch einen Raum hin. In jeder Richtung, also in drei Richtungen einen Raum. Die dann für spezielle Dinge da sind. Wir haben irgendwelche spezielle Dinge. Von jetzt noch gar keine Ahnung, ob welche, aber egal. So, das heißt, hier kommt ein Raum, hier kommt man in den Raum und hier kommt man in den Raum. So. Sehr schön. Ich mag den Endstone. Der passt zwar absolut nicht rein, aber ist ja wurscht. So. Bei meinem Glück ist aber dann irgendwo ein Endstone-Block, der mitten in die Höhe geht, weil es kann ja durchaus sein. Wobei, ich glaube, das ist die erste Stufe, wo ein Endstone kommt, oder? Das könnte durchaus sein. Ja, ja, ist natürlich spitze gemacht. Jetzt muss man natürlich hier... Aber es kommt ja sowieso ein anderer Boden rein. Es ist ja wurscht, ob da jetzt ein Cleanstone ist. Wie weit gehen wir da rein? Da sind wir jetzt eins, zwei, drei, vier Blöcke drin. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Drei, zehn, vierzehn, fünfzehn. So. Ah ja, und hier ist Kohle. Gut. Fünfzehn. Alles klar, dann fangen wir hier mit einem Raum an. Sehr schön. Genau. Und das ist dann so gemeint mit Kommandozentrale. Das hat dann hier unten so ein bisschen ein paar Dinge gebaut. Werden wir mal gucken. Oben werden natürlich auch ein paar Schilder hinkommen. Wir können nicht immer hier so weit nach unten gehen. Das ist Schwachsinn. Da brauchen wir ja ewig. Aber so ein bisschen irgendwas Kleines möchte ich hier unten eigentlich schon hinmachen. Muss ja nicht viel sein. So. Fragt sich nur, wie groß wir diesen Raum hier machen. Ich glaube, die Seitenräume mache ich nicht so groß. Ich muss jetzt mal kurz den Ton meines Handys leise stellen, weil die von mir auf der Arbeit oder in der Arbeit, ich sage mal auf der Arbeit, weil ich mal ausgelacht wurde, weil man hier in Bayern in der Arbeit sagt. Die schreiben jetzt die ganze Zeit nur in so einer WhatsApp-Gruppe. Und dann meinen Handy, die kann sagen, biding, 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 biding. Und die haben immer so, hallo, jetzt gehen wir mal in Ruhe. Ich mag, ah. Ah. Genau. Musste mal gesagt werden. Ah. Ja, bei mir auf der Arbeit ist es aber auch. Das ist, also teilweise geht es nur ehrlich gesagt wirklich auf die Nerven, ja. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Und wenn mein Chef das jetzt hört, wenn er Pech gehabt, dann soll er es hören. Ja, weiß es ja auch. Das muss ich sagen, finde ich ja nicht ganz so cool an dem Chef, dass man ihm halt auch wirklich die Meinung geigen kann. Wenn man sagt, man findet es momentan nicht so in Ordnung, dann ist es halt so. So. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Warum ist der Erde? Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Warum ist der Erde? Na ja, egal. Dann ist da halt Erde. So. Dann müssen wir jetzt hier den Raum machen. Habe ich die Schaufel eigentlich dabei? Ja, hätte ich. Bei meinem Glücksbond jetzt dann sowieso irgendwas um die Ecke. Naja, mal gucken. So. Nein, ich möchte die Spitzsacke nehmen. Danke. So viel Endstone ist hier aber auch noch gar nicht. Das ist halt das Problem, weil wenn wir eins tiefer gehen, dann haben wir halt diese Endstone-Blöcke, die wir halt, die dann halt irgendwo da rumnerven. Die könnten wir zwar schon mit Creative entfernen, dass man halt mit dem Creative noch eins weiter runter ginge. Aber das ist dann auch blöd. Naja, mal gucken. Ich denke, das passt dann schon so. Dann hat man nur ein paar der Endstone-Blöcke. Machen wir dann, keine Ahnung, weißen Boden oder so rein. Ich denke, das passt dann schon ganz gut. Und den anderen Raum, der dann gerade ausgeht, da möchte ich ein bisschen einen längeren Gang machen. Möchte ich aber auch ein bisschen breiteren. Mal gucken, drei breit oder so. So. Will ich finden Diamant und wenn ich gefunden Diamant, dann Gang zu Ende. Nee, so, so, so ewig würde ich das auch nicht sehen. Mal gucken. Ein Stückchen. Ein schönes Stückchen. Aber mehr wie 15 Blöcke. Vielleicht 30 oder so. Ich denke, das wäre dann auch ganz fein. Oder bis die Spitzacke nachgibt. Das geht natürlich auch. So. Wann das jetzt für ein Geräusch? Wie wenn ein Motorrad vorbeifahren würde. Ist ja grausam. Da hat man ja Angst hier. Mama. Seltsame Geräusche. Incoming. I have no light. This is a problem. Yeah, because when I have no light, it's very, very dark inside this room. Hey, die, die. Nicht gut. Ja, also viel Endstone bekommen wir hier nicht zu sehen. Aber ist gut, dann ist es nur ein kleiner Akzent, wenn wir hier einen Endstone sehen. Oh. Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mal hier zumachen. Wo kommt das Wasser her? Ich weiß nicht, ob ich mich trauen darf. Aber ich weiß echt nicht, ob ich mich trauen darf. Ich, 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 keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen. Habe ich, habe ich noch Glas dabei? Ja, ich habe noch Glas dabei. Moment. Packe ich das mal hier rein? Weil mit dem Glas könnte ich ja dann hier kleine Luftbläschen machen, so quasi. Ja, das, das wäre noch eine Idee. Was, wo kommt jetzt das Wasser her? Mal erst mal ein Stückchen hier rein. So. Aber das ist ja dieser kleine Minecraft-Trick. Muss ich mal hier kurz... Ah, da schwemmt es mich immer weg, weil da kommt die Strömung natürlich. Sag mal, spinnt der Kopfhörer oder hat das Leben ein Problem mit Stereo? So, dann kann es mich jetzt nicht so wegtreiben. Ist ja ganz schön finster. Ich traue mich aber irgendwie auch nicht, da jetzt rauf zu schwimmen. Mal gucken. Was ist da über mir? Irgendwas ist da über mir? Kann ich hochschwimmen? Nee. Ich traue mich nicht, das ist mein Problem. Ich traue mich einfach nicht. Wenn ich jetzt dann verrecke. Nee, passt. Ich habe hier Luft, aber ich habe kein Licht. Es ist schlecht, wenn ich hier kein Licht habe. Das heißt, ich brauche Fackeln. Ich hole mal die eine hier. Ist ja wurscht. Ah, wie schön das aussieht, wenn das Wasser hier so durchglänzt. Aber das könnten wir uns zunutze machen, dass wir hier Licht haben. Könnten wir machen. So. Aber es ist doch schon mal schön, dass ich daran gedacht habe, dass ich mir hier ein Stück Glas aufstellen könnte. Jetzt schwimme ich wieder weg. Wo ist denn die Fackel hin? Ich habe die nicht eingesammelt. Sag mal. Ach so, ich bin voll. Okay. Ich glaube, die Kopfhörer von meinem Freund haben einen Wackler. Ich höre das Lied nämlich nicht die ganze Zeit Stereo. Müsst ihr mir da mal sagen, ob ihr an dieser Stelle auch das Problem hattet, dass das Lied immer wieder ein bisschen rumbackt und nicht Stereo war? Okay, das liegt an den Kopfhörern. Würde mich interessieren, ob das dann auch aufgezeichnet wird. Wenn ich den Kopf... Oh, jetzt packt hier die Sonne gerade durch. Oh, das gefällt mir. Das ist schön. Das machen wir uns zunutze hier. Da habe ich die Fackel wieder weggebaut. Das machen wir uns zunutze hier. Das ist eine schöne Stelle. Optimal. Müssen wir nur noch uns überlegen, wie wir das dann am besten hier machen. Dass wir hier dann auch raufkommen anständig. Das finde ich schön hier. Hier geht es dann runter. Den Raum dann natürlich auch ein bisschen gleichmäßig machen. Machen wir mal das mal hier weg. Habe ich da noch irgendwas... Okay, wir hätten noch ein paar Holzstufen da. Nehmen wir die mal. Das mal hier raus. So, mal gucken. Das ist eine schöne Idee. Das gefällt mir. Das ist gut mit dem Wasser hier. Das könnte uns echt... Da könnten wir uns echt was Schönes einfallen lassen. So, das braucht jetzt natürlich ein bisschen mit dem Abbauen. Okay. Das heißt, wir müssen das so bauen, dass wir von hier aus immer ein Stückchen weiter nach unten kommen. Ist aber das Glas hier weg? Das will nicht weg. Geh doch weg. So. So. Jetzt kommt das Wasser natürlich drunter, aber das ist mir jetzt egal. Das könnten wir eigentlich schnell absperren. Dann hätten wir das Problem nicht. Müssen wir eigentlich fast absperren, weil sonst komme ich ja jetzt da gar nicht mehr rauf. Wasser, hör auf, mich zu verarschen. So. Aber seitlich darf das ruhig auslaufen. Das finde ich eigentlich völlig okay. Okay, ich habe eine Idee und diese Idee werde ich jetzt umsetzen. Boah, das wird meinen Freund gewaltig ärgern, wenn er mitbekommt, dass sein Headset einen Wackelkontakt hat. Ist ja mies. Aber jetzt packt das Werkzeug hier ein bisschen rum. Na, egal. Solange wir es benutzen können, ist es mir ja wurscht. Kann es ja rumbacken, so viel es will. So. Das muss ich hier mal. So, das muss ich hier machen. Das hier kann wieder weg. So. Ich brauche das jetzt nochmal ganz kurz. Das Wasser fließt da vorne wieder zusammen. Okay. Ist es immer so? Fließt es immer zusammen? Ja, natürlich, weil es sich ausbreitet. Wie blöd von mir. Da müssen wir hier mal kurz zumachen. Wobei, das geht ja so. Stimmt ja. Das fließt ja nicht über die Half-Step hinweg. Das ist ja das Schöne. Okay, aber hier ist noch immer Wasser. So, jetzt geht das Wasser weg. Okay. Okay, okay, okay. Dann können wir hier echt was Schönes bauen. Was ist, wenn ich die jetzt hier weg mache? Kommt es nicht dagegen an. Das finde ich irgendwie das Lustige an den Half-Steps. Okay. Gut. Dann bauen wir hier noch so eine Art Treppe hier rein. Und dann halt natürlich so eine Art Steg durchs Wasser. Oh, ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache. So, dann müssen wir hier natürlich das noch weg machen, damit wir da auch anständig runterkommen. Oh, wie schön. Da haben wir den perfekten Raum gefunden. Und Minecraft hat so natürlich auch entschieden, wie weit wir nach vorne gehen. Also, wie weit wir uns reingraben. Okay. So. Und vor allem hier findet dann das Holz wieder eine kleine Verwendung. Es taucht halt hier jetzt auch wieder auf. Weil oben waren wir doch sehr, sehr holzlastig. Und jetzt haben wir halt wieder Holz. Eine schöne Idee. Okay. Geht es hier rauf. Und dann müssen wir den Raum noch einigermaßen gleichmäßig gestalten. Mit der einigermaßen eine gleiche Form hat, ist es natürlich ein schöner Platz für die Kommandozentrale. Ja, weil, keine Ahnung, irgendwo will ich dann doch auch nicht das total unsymmetrisch lassen. Ich finde, das hat schon was, wenn eine gewisse Symmetrie drin ist. Okay. Es stellt sich halt nur die Frage, wie weit gehen wir rüber. Wir könnten hier natürlich uns den Spaß erlauben, dass wir, achso, ich habe ja hier, jetzt habe ich Kobbel mit Kobbel ersetzt. Das war aber schlau, Jülchen. Dass wir hier den Rand, mein Herr, doch mal zu blinken auf. Ja, das Problem war wahrscheinlich gerade wieder Dämmerung. Dass wir den Rand hier rundum auch mit diesem Holz hier ziehen. Aber ich glaube, solange es hier so blinkt, brauchen wir uns hier unten nicht aufhalten. Das ist auch ein bisschen dämlich. Bett haben wir halt auch keines dabei, dass wir schlafen gehen könnten, damit das Blinken aufhört. Und ich weiß halt, dass das Blinken euch mit Sicherheit jetzt ganz schön auf die Nerven gehen wird. Naja, ich baue jetzt ein kleines bisschen noch weiter. Ich hoffe, das Blinken stört euch nicht. Ansonsten tut es mir leid, falls ihr hier jetzt abschaltet. Aber mich stört das Blinken ehrlich gesagt auch. Das ist so. Aber dann bauen wir hier dann so rundum und dann machen wir in der Mitte eine kleine Insel. Das wird eine schöne Angelegenheit. Super. Gut. Aber ich verschwinde jetzt mal von hier. Weil so wirklich viel habe ich ja auch nicht dabei. Und keine Ahnung, irgendwie möchte ich jetzt ein Päuschen machen, aber ich möchte das Päuschen irgendwie nicht da unten in dem Raum beginnen. Ich weiß nicht warum. Einfach irgendwie so. Darum, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht bin ich aber auch in der nächsten Folge in einem Together. Das kann man auch nie wissen. Und dann muss ich erst mal da rauflatschen oder so. Wäre ja auch blöd. Naja, mal gucken. So, jetzt gehen wir also erst mal hier raus. Super. Und dann beende ich diese Folge hier und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Vorschläge für da unten habt. Ich habe schon ein paar Ideen, denn ich habe damals, und das ist doch schon ein ganz schönes Weilchen her, mir eine Offline-Welt gemacht. Das war vorm Let's Plane noch und während des Let's Planes. Und da habe ich auch mal was gemacht. Unterirdisch mit Wasser und mit Lava. Und das war eigentlich ganz schön. Ich wollte das so ein bisschen Thermen-mäßig machen. Und das wäre vielleicht für ihr auch eine ganz, ganz schöne Idee, dass wir vielleicht es so machen. Es soll ja eine Kommandozentrale sein. Wir haben ja dann im Endeffekt, hier haben wir diesen Raum. Und da können wir ja links und rechts so ein, zwei Schilder anbringen. Mit irgendwelchen Plänen. Kann man hier in der ganzen Runde hier machen. Können wir hier lauter Pläne machen. Irgendwelche Pläne. Und dann machen wir in den rechten Raum und in den linken Raum, machen wir verschiedene Sachen hin. Wir könnten zum Beispiel hinschreiben, wer von meinen Gästen was gebaut hat. Zum Beispiel. Dass wir sagen, okay, Freundi war das mit dem, mit der, äh, 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 na sag schon, mit der, mit der Schmiede. Und das hier ist, ähm, die Kaschemme von dem lieben Opa Ceron. Und da drüben, das heißt, von dem, gehen wir es mit. Und, ähm, der Monster-Spawner von, ähm, na wie heißt er denn? Von, von, von Momo. Und was hat Xaras gemacht? Xaras war hier nur auf Tour, aber der würde dann auch ein Schild bekommen. Der hat ja Rohstoffe sammeln geholfen. Und auf der rechten Seite vielleicht einfach irgendwie so unser Ziel. Was das Ziel für diese, für diese Minecraft-Session überhaupt ist. Wer weiß. Keine Ahnung. 15.000 Häuser bauen. Irgendwie sowas. Das ist ein totaler Scheiß. Und geradeaus ist dann so eine Wohlfühloase. So nach dem Motto, die schrecklichsten aller Herrscher brauchen trotzdem eine Sauna, wo sie sich entspannen können. Das ist irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir machen. Ich sage an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen. Nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. Mir ist eine andere Idee gekommen. Mir ist eine andere Idee gekommen. Wir könnten da schon so einen Wohlfühlraum machen. Aber wir könnten auch so einen Speisesaal bauen. Da machen wir da unten. Auf der einen Seite einen Speisesaal, im anderen einen Wohlfühlraum. Und im dritten Zimmer machen wir, wer was gebaut hat. Was haltet ihr von einer Idee? Speisesaal, Wellness und alles, was bisher gebaut wurde. Ich glaube, das ist eine schöne Idee. Und hier kommt dann hin, was gebaut werden soll. Was gemacht werden soll. Auch sowas wie ein Schild mit Eisenfarmen. Und hier ein Schild mit, keine Ahnung, Mäh, 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 Schafscham, Schafscham, Julia, Schaffarmen bauen. Sowas, ne? Genau. Da haben wir ja ganz viel Platz für Schilde. Da haben wir doch, haben wir wirklich viel Platz. Wenn wir alles zu kleistern, ist ja wurscht. Genau. Das wäre jetzt so mein Plan. Aber jetzt sage ich wirklich, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.